Dieser Gast bei Pappert hat seine Frau eingeladen zum Frühstück. Doch dann kam ein Anruf und dann passierte Folgendes. Denn 67% der männlich Telefonierenden laufen beim Telefonieren auf und ab und auf und ab. Auch dieser hat es getan. Wir haben bewusst ihn nicht in der Totale aufgenommen aufgrund des Datenschutzes. Aber in der Zeit, wo er telefonierte, wanderte er mindestens 20 Mal an meiner Kamera vorbei. Aber nicht nur das. Er rückte alle Stühle zurecht in diesem Gastraum, wo die Gäste zurückgeschoben hatten und nicht mehr anwesend waren. Auch Tätigkeiten erfolgen während dem Telefonieren, wie ich hier erfahren konnte. Seine Frau hat gefrühstückt und er hat telefoniert, telefoniert. Über unseren Schrittmacher-App konnten wir erfahren, dass er genau 2,8 Kilometer im Restaurant rumgelaufen ist. Wir haben auch seine Frau beobachtet und ich glaube, das Prozedere von ihrem Mann ist ihr wohl bekannt. Denn das Frühstück hat sie auch ohne ihn genossen. Gefrühstückt hat er dann auch, meinten wir. Aber da kam schon der nächste Anruf. Wir haben auch eine Runde aufgebaut. Anruf, wotter월�